Montieren Sie die Halteklammer am Tisch und haken Sie das Bedienpult ein. Schließen Sie das Kabel an der Seite des Roboters an und anschließend am Bedienpult. Achten Sie darauf, dass die LED des ersten Balls leuchtet. Jetzt können Sie Platzierung, Seitenschnitt, Geschwindigkeit, Spin und Flugkurve einstellen. Um einen Ball hinzuzufügen, müssen Sie lediglich den Knopf des nächsten Balls drücken. Dieser übernimmt automatisch die Eigenschaften des vorherigen Balls. Sie können die einzelnen Parameter durch Betätigen der entsprechenden Knöpfe verändern. Nach diesem Muster können Sie bis zu sieben Bälle einstellen. Bei der Sample-Funktion müssen Sie den Startknopf gedrückt halten. Dadurch wird nur der aktuelle Ball, siehe blinkende LED, ausgeworfen. Um einen Ball zu löschen, müssen Sie den gewünschten Ballknopf so lange gedrückt halten, bis die LED nicht mehr leuchtet. Die Platzierung können Sie mit den Placement-Knöpfen verändern. Der Seitenschnitt kann anhand der Sidespin-Knöpfe verändert werden. Für eine Verringerung der Ballfrequenz müssen Sie den Minus-Knopf drücken. Wenn Sie den Knopf gedrückt halten, verringert sich die Frequenz schneller. Um die Ballfrequenz zu erhöhen, müssen Sie bei Ball pro Minute den Plus-Knopf drücken bzw. gedrückt halten. Sie können maximal 100 Bälle pro Minute einstellen. Für Intervall-Training drücken Sie Cycle, bis die LED leuchtet. Auf dem Display erscheint ein P und die Spielzeit in Sekunden, die mit den Step-Knöpfen variiert und mit dem Save-Knopf gespeichert werden kann. Nun erscheint ein B mit der Pausenzeit in Sekunden, die ebenso verändert und gespeichert werden kann. Mit der Random-Funktion wirft der Roboter zufällige Bälle aus. Einmaliges Drücken wirkt sich auf die Streuung aus. Der Radius der ankommenden Bälle wird von 13 auf 40 cm erweitert. Zweimaliges Drücken aktiviert die zufällige Platzierung. Einprogrammierte Platzierungen werden in zufälliger Reihenfolge angespielt. Dreimaliges Drücken kombiniert die ersten beiden Funktionen. Der Landeumkreis wird vergrößert und die Platzierung zufällig gewählt. Im Folgenden sehen wir Variante 2, die zufällige Platzierung bei normalem Radius. Normalerweise werden Bälle in gleichmäßiger Frequenz ausgespielt. Die AFC-Funktion kann die Frequenz automatisch anpassen, sodass das Timing zwischen den einzelnen Bällen spielnah ist. Halten Sie dazu beide Ball-pro-Minute-Knöpfe ein paar Sekunden gedrückt. Zur Deaktivierung der Funktion halten Sie beide Knöpfe erneut gedrückt. Mit den Step-Knöpfen navigieren Sie zwischen den Speicherpositionen. Zum Speichern drücken Sie zwei Sekunden lang den Save-Knopf. Achtung! Nur die Einstellungen für die Platzierung und den Ball-Typ können gespeichert werden. Zum Löschen drücken Sie den Clear-Knopf zwei Sekunden lang. Das Display zeigt mit Blinken, dass die Speicherposition wieder frei ist. Wählen Sie die zu verändernde Übung aus. Verändern Sie entweder die schon vorhandenen Bälle oder fügen Sie neue hinzu. Drücken Sie Save, um die Übung zu speichern. Wählen Sie die Speicherposition der gewünschten Übung aus. Drücken Sie Start, um zu beginnen.